Viele Männer sind sich gar nicht klar, wie einfach es sein kann, den Höhepunkt zu verzögern. Nur weil sie gewisse Körpergefühle nicht registrieren, geraten sie unter Druck und müssen den Liebesakt vorzeitig abbrechen. Das hinterlässt Wunden bei ihr, aber auch bei ihm und das muss ja nicht sein. Dieses Video ist gleich mehrfach nützlich. Zum einen zeige ich dir fünf eindeutige Signale, an denen dir dein Körper zeigt, dass du kurz vorm Kommen bist. Wenn du diese Signale kennst, wirst du in der Lage sein, den Höhepunkt zu verzögern. Zum anderen werde ich dir eine Methode vorstellen, mit der du trainieren kannst, den Höhepunkt zu verzögern. Mein Name ist Nils Sturis, ich bin Sexual- und Hypnotherapeut. Bitte teile das Video, like es und abonniere unseren Kanal. Danke dafür. Millionen von Männern leiden unter dem vorzeitigen Samenerguss. Dabei kommt es schon entweder vor der Einführung des Liedes zur Ejakulation oder bereits nach den ersten Bewegungen. Das ist sehr frustrierend, kann die Beziehung zerstören oder Männer und Frauen sogar in den Wahnsinn treiben. Natürlich spielt sexuelle Leidenschaft dabei eine große Rolle, aber wenn es häufiger auftritt, wird es zum Problem. Und dann ist es an der Zeit, den Körper besser kennenzulernen. Vielleicht kannst du sogar mit der Partnerin gemeinsam lernen, die Lust auszukosten und die Lust zu steuern. Häufig werde ich gefragt, was verursacht denn eigentlich den vorzeitigen Samenerguss? Der Samenerguss wird durch ein Reflexzentrum im unteren Rückenmark ausgelöst. Unser Gehirn steuert diesen Prozess. Durch starke Emotionen wie Liebe, sexuelle Begierde, wird die Erregung noch zusätzlich verstärkt und dieses Reflexzentrum angesteuert. Und natürlich sind negative Emotionen wie Ängste oder Unsicherheiten wie Sand im Getriebe. Je mehr Druck wir uns machen, desto schneller kommen wir zum ungewohnten Höhepunkt. Je mehr wir es vermeiden wollen, desto schneller wird der Höhepunkt ausgelöst. Aber es gibt eine gute Nachricht. Diese Körperreaktionen lassen sich erkennen und trainieren. Und wie das geht, werde ich dir jetzt im nächsten Teil verraten. Da gehen wir jetzt einfach ganz schnell rein, damit du weiterkommst. Kommen wir nun zu den 5 Signalen, die dir dein Körper gibt, bevor es zum Samenerguss kommt. Wenn du diese Signale achtsam kennenlernst, kannst du reagieren und den Höhepunkt deutlich hinauszögern. Signal Nummer 1, die Krämpfe in den Samenblasen. Wenn deine Samenblase beginnt zu krampfen, ist das ein klares Zeichen, dass der Samenerguss nicht mehr weit ist. Und das spürst du am zweiten Signal. Ein Brennen vielleicht wie vom Wasser lassen. Ein leichtes Brennen, ähnlich wie vom Pipi machen, kann ein Hinweis darauf sein, dass deine Samenblasen krampfen und du kurz vorm Kommen bist. Das Brennen entsteht, weil der Körper signalisiert, dass der Samenerguss gleich ausgelöst wird. Natürlich gehören dazu auch plötzliche Temperaturveränderungen. Ein plötzliches Hitzegefühl im Unterbauch oder im Genitalbereich zeigt dir an, dass der Samenerguss sich nähert. Wenn du diese Temperaturveränderung spürst, ist es an der Zeit, innezuhalten. Dazu kann ein Kribbeln am Hoden kommen, ist ein weiteres eindeutiges Zeichen dafür, dass du dich dem Höhepunkt näherst. Dieses Kribbeln lässt dich gut registrieren, wie auch das Brennen und die Temperaturveränderung, wenn du achtsam bist. Dazu gehört auch ein Pulsieren oder Zucken. Manchmal spürst du ein leichtes Pulsieren oder Zucken im Bereich des Penis oder im Intimbereich, im Becken. Das kündigt an, dass die Ejakulation kurz vorm Auslösen steht. Und wenn du diese Signale frühzeitig und achtsam erkennen lernst, hast du die Möglichkeit, an diesen Punkten die Reizung zu unterbrechen oder innezuhalten und mal durchzuatmen. Probier es vielleicht zuerst mit dieser Übung, die wichtigste Übung, um den Höhepunkt hinaus zu zögern, die Masturbationsübung. Die Übung hilft dir dabei, den Moment achtsam zu erkennen, an dem der Samenerguss nicht mehr zu kontrollieren ist. Reize dein Lied bis zu dem Punkt, an dem die ersten Krämpfe, das Kribbeln, die Temperaturveränderung oder was auch immer bei dir zu spüren ist. Stoppe dann die Reizung und mach eine Pause für ein bis zwei Minuten, um dann wieder neu anzusetzen und von vorne anzufangen. Wenn du diese Übung durchziehst, wirst du lernen, die Signale deines Körpers besser kennenzulernen. Du wirst den Höhepunkt viel besser kontrollieren können. Das wird dir helfen und auch beim Liebe machen mit deiner Partnerin dir wiederum helfen. Trainiere regelmäßig mit den beschriebenen Techniken, achte darauf, die Signale deines Körpers erkennen zu lernen. Auf diese Art und Weise wirst du in der Lage sein, den Liebesakt zu genießen und deutlich zu verlängern. Wenn dir das Video gefallen hat, dann vergiss nicht zu teilen, zu liken und den Kanal zu abonnieren für weitere Tipps und hilfreiche Inhalte. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Dein Nils. Ciao, ciao.